Hier ist dann auch der Proteinsohn. Hier sind sie den Friseur. Wenn man sich hier frisieren lässt, kann man schön rauschauen. Am besten am Seetag. Hier die Toppen haben. Und Matthias, wie gefällt dir der Friseursalon? Ich war jetzt beim Schiff. Mir gefällt der Friseursalon und das Schiff, der Wellnessbereich, alles total schön. Also die Farben sind total freundlich und es ist jede Menge Platz.